Darf ich vorstellen? Dieser kleine Charmeur ist Travolta. Travolta wurde auf der Straße aufgegabelt, als er versuchte in ein Restaurant zu kommen, um dort nach Futter zu suchen. Zum Glück war eine befreundete Tierschützerin gerade vor Ort und bat uns, den jungen Mann bei uns aufzunehmen. Travolta ist ein charmantes, lustiges und fröhliches Kerlchen. Den Menschen begegnet er sehr aufgeschlossen. Er liebt es, Zeit mit uns zu verbringen. Auch die anderen Hunde mag er sehr gerne und spielt und tobt viel mit ihnen. Travolta ist noch jung und dementsprechend lebensfroh und neugierig. Wir sehen aber auch, dass er gut und häufig zur Ruhe kommt und dann gern im Schatten unter den Bäumen liegt. Ein so vor Lebensfreude sprühender junger Hund sollte nicht im Tierheim leben müssen. Daher suchen wir nach einer netten Familie, die Travolta bei sich aufnimmt und mit ihm das Abenteuer Leben wagt. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.